Finale, Finale! Jetzt im zehnten Teil gibt's wirklich was um die Ohren und zwar geile Sequenzen, Patch-Beispiele von Patrick. Dranbleiben. Herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei Musotalk zum Special rund um das Thema Eurorack Synthesizer. Nachdem Patrick hier für mich dieses geile System konfiguriert hat, will wir uns jetzt auch nochmal ein paar Patch-Beispiele geben. Hallo Erik. Klar, lass machen. Ja, fangen wir einfach an zu patchen, würde ich sagen. Ja, dann patch auch mal. Dein System ist ja jetzt komplett, also sprich, wir haben hier Oszillator, Multifunktion, Modulator, zwei Filter, zwei VCA's, noch ein LFO, Clock-Divider, Sequencer, ADSR und unser Ausgangsmodul. Und so ganz, fangen wir einfach mal mit einer naheliegenden Nummer an, wenn man so ein Ding sieht, sieht man den Sequencer, gibt dem Sequencer einfach schon mal eine Clock. Je nachdem, was ich machen will, ist vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn ich die Clock gleich als allererstes mal multipliziere. Okay. Weil vielleicht brauche ich die noch für irgendwas anderes und packe die in Clock-Divider. Jetzt geben wir erst mal dem Sequencer eine Clock. Der Sequencer läuft, ein bisschen schneller. Sieht gut aus. Ich schnapp mir jetzt einfach mal den Oszillator und gehe ganz klassisch in meinen Filter rein. Was hast du dir jetzt als Ziel gesetzt? Wo geht die Reise hin? Die Reise geht jetzt erst mal zu so einer total klassischen Sequenz, wo du einfach einen Oszillator-Filter-Kombo hast. So Techno-Acid-mäßig so ein bisschen? Ja, irgendwie sowas. Also was ich mir jetzt gerade mal gespart habe, weil ich sowieso hier im Tiefpass-Filter drin bin und das so vorhabe, ich habe kein VCA jetzt gerade hinten dran. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Sehr gut. Muss man nicht. Brauchen wir nicht. Nur weil es reingeschraubt ist ins Reck, muss man das Modul ja nicht benutzen. Genau. So. Jetzt haben wir hier einen ganzen FM und so aus. Gehen ein bisschen tiefer. Nehmen vielleicht auch mal ganz klassisch so eine Square Wave. Haben jetzt hier unser Filter. Das funktioniert schon mal irgendwie. Hier ist irgendwie, glaube ich, schon eine kleine Sequenz drin. Schauen wir mal. So. Tonhöhe geht schon mal klar. Square Wave geht im Filter. Wunderbar. Machen wir hier einfach mal für jeden Step und Trigger an. Gehen hier in unsere A171-2, den wir jetzt gerade einfach mal als Füllkurve nutzen. Nehmen den Ausgang und gehen damit in den Modulationseingang von unserem Filter. Frequenzmodulationseingang. Drehen die Modulationsstärke auf. Wenn wir den Sound jetzt irgendwie komplett weg haben wollen, brauchen wir eigentlich einen Cut-Off hier runter drin. Deshalb spare ich mir gerade echt irgendwie den VCA, wenn ich für den Sound jetzt gerade nicht brauche. Jetzt haben wir eigentlich die komplette Basis und sind irgendwie frei, damit zu experimentieren. Das heißt, einerseits habe ich jetzt hier die Glock. Die packe ich mir jetzt einfach mal in den Glock-Divider rein. Jetzt habe ich hier meinen Glock-Divider. Jetzt kann ich hier die unterschiedlichsten Teilerfaktoren nutzen. Sind wir mal so, dass die jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teilt. Und auch wenn das Glocks sind, klassischerweise würde man mit so einer Glock jetzt natürlich irgendwie, keine Ahnung, eine Hüllkurve zum Beispiel irgendwie triggern. Kann man mal machen. Mit der Glock? Also was heißt Glock? Nicht mit der Glock, aber was hier rauskommt, sind ja Gates-Signale. Die kennen eigentlich nur an oder aus. Und ganz klassisch nimmst du so ein Signal. Du hast jetzt eigentlich, du hast im Prinzip jetzt gesynkte Gates einfach generiert. Genau, das sind Gates, damit könnte ich irgendwelche Drums anträgern, damit kann ich irgendwas anträgern. Im Prinzip das Signal, was hier rauskommt, ist nichts anderes als das Signal, was auch der Sequencer hier ausspuckt oder was auch ein MIDI-Interface ausspucken würde. Wenn ich eine Taste drücke, da kommt dann eine CV raus und ein Gate raus. Und ganz klassisch trägerst du damit zum Beispiel eine Hüllkurve oder machst, Start-Stop beim Sequencer, Reset ist was, schaltest eine Glock weiter. Wir nutzen das jetzt auch mal so und gehen hier ganz klassisch auf die Hüllkurve und nutzen wir es mal nicht allzu prominent, sondern packen wir mal hier rein. Jetzt können wir damit zum Beispiel eine Frequenzmodulation beim Oszillator machen. Also haben wir dann eine Tonhöhen-Hüllkurve. Die jetzt eben hier jeden achten Glock-Tick ausgeführt wird. Ich muss die Gates aber gar nicht nutzen, um damit einfach immer nur irgendwas zu triggern. Ich kann die auch direkt zur Modulation nutzen. Ich weiß es nicht genau, müsste man irgendwie mal ausmessen, was da rauskommt. Ich schätze mal, dass es irgendwas um die 5 Volt sind, wenn das Ding an ist. Und damit kann ich jetzt zum Beispiel natürlich auch irgendwelche Parameter an meiner Hüllkurve steuern. Wenn ich die zum Beispiel länger oder kürzer machen möchte, nehme ich einfach ein Modulations-Eingang. Und das passiert jetzt gerade jede fünfte Kloppe, ich kann es einfach mal jede vierte machen. Dann klingt es vielleicht etwas gewohnter, ich finde den Film aber eigentlich charmanter. Und gerade diese ungeraden Sachen, die schön sind im Modulsystem, weil es da ganz einfach zu machen ist. Im Computer ist das schon richtig, gar nicht mehr so einfach. Ja, kommt immer drauf an. Ich meine, das ist halt bei diesen ganzen, ich würde jetzt gar nicht sagen, was es Computer ist oder Hardware. Aber bei allen Sachen, die fest vorkonfiguriert sind, sind es halt Sachen, da wird dir ein gewisser Workflow quasi auferzwungen. Das, was du hast, damit kannst du arbeiten. Die Ideen, die du hast, müssen alle im Rahmen dessen sein, was du machen kannst, was du für Werkzeuge zur Verfügung hast. Hier ist es so, dass du einfach frei an der Wahl deiner Werkzeuge bist. Und auch wenn du dann ganz klassisch anfängst, kannst du natürlich trotzdem das Ganze weiter erweitern. Jetzt bleiben wir einfach hier mal beim Beispiel Modulation. Also wir können jetzt die Gates hier wirklich noch für eine ganze Menge nutzen, um das Signal sehr viel variabler klingen zu lassen. Wir haben hier die Möglichkeit, Amplitudenmodulation zu machen mit dem zweiten Oszillator. Das hören wir allerdings nur, wenn wir über den Masterausgang gehen. Deshalb nutze ich den jetzt mal ganz kurz und stelle den mal so ungefähr so ein, dass wir so einen eher klassischen Oszillator-Sound da auch wieder rauskriegen sollten. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, hier eben zusätzlich noch Amplitudenmodulation dazu zu schalten. Ich kann noch einmal gucken, dass es hier ein bisschen mit Gas geht. Also, wie gesagt, wenn ich hier mal drehe, und das kann ich jetzt natürlich auch wieder einfach hiermit quasi automatisieren. Je nachdem, wie stark ich jetzt diesen Attenuator hier aufdrehe, ist halt die Modulation stärker oder schwächer. Und genau das gleiche Spiel kann ich jetzt auch eigentlich treiben, dass ich hier einen LFO nehme, der ja gerade auch sowieso schon die Clock irgendwie beifügt. Und jetzt mache ich einfach mal Folgendes. Ich nehme jede zweite Clock und gehe hier ganz minimal mal auf die Geschwindigkeit. Kommt dir der Effekt irgendwo herbekommen vor? Wenn, weiß ich. Nee, wir haben gerade Swing. Weil jeder zweite Step ist gerade schneller. Wir müssten jetzt noch insgesamt vielleicht die Sequenz ein bisschen langsamer machen. Also, da musst du jetzt einfach ein bisschen feinfühlig spielen, aber das ist halt jetzt, wie gesagt, unsere Clock. Aber das ist auch, geht das geil. Unsere Clock und jeder zweite Step macht ihn quasi schneller, das heißt, nur jeder zweite Step wird schneller gespielt. Und dadurch hast du natürlich den gleichen Effekt wie bei klassischem Swing. Wenn du es dann halt komplett überbleibst, dann kommt halt sowas bei raus. Aber du kannst jetzt einfach eben eine Menge Geschichten machen. Wie gesagt, wir haben die Clock sowieso hier, die kann jetzt auch irgendwas modulieren, das wird dann auch immer ein Takt sein. Ist das eigentlich sinnvoll, verschiedene Farben Kabel zu nutzen, um da noch ein bisschen besser durchzuhalten? Ähm, du, also die Kabel, die sind... Oder ist das nur für weicher, ja. Ich sag mal so, die Kabel sind ja komplett dir überlassen. Es gibt die Konzepte, wie jetzt zum Beispiel, wie ich sie gerade eigentlich habe, dass die roten Kabel stehen einfach für eine gewisse Länge und die grauen auch. Aber hier bei den grauen kommt schon dazu, dass ich jetzt zwei grauen Kabel habe mit unterschiedlichen Längen. Es gibt Menschen, die mögen es irgendwie Funktionen damit abzugrenzen, indem sie sich einfach Kabel unterschiedlicher Längen, aber in unterschiedlichen Farben auch machen. Okay. Und da der jetzt, wenn er an die 7 stößt, hier den Trigger rausgibt und der Trigger ihn quasi sofort resettet, wird er den Step 7 hier erreichen. Und jetzt ist unsere Sequenz einfach sechs Steps lang. Hätten wir jetzt noch irgendwie einen Switch, was eben einfach diese Sequenzen verteilen kann, könnten wir uns da auch noch längere Sequenzen losmachen. Wenn wir noch einen zweiten Sequenzer hätten, wäre das ganz verrückt. Genau. Oder, ja, man kann es jetzt echt eigentlich nicht eine ganze Menge Schabernack treiben. Wir könnten auch hier unseren LFO nehmen, der ja gerade als Modulationsoszillator läuft, packen den einfach mal hier in so einen VCA rein, gehen von VCA in den unattenuierten Filtereingang. Da der VCA jetzt ganz zu ist, passiert erstmal gar nichts. Wenn ich den jetzt aufdrehe, kriege ich einfach die Filter-FM von dem Oszillator rein und den wieder zu mache, ist es wieder weg. Und das ist jetzt einer der Gründe, warum ich gesagt habe, du kannst eigentlich nie genug VCA's haben, weil wenn du diese Modulation jetzt nicht die ganze Zeit haben willst, dass sie die ganze Zeit da ist. Sondern nur auf zwei, drei Töne? Nur auf zwei, drei Steps. Einerseits könnten wir es jetzt über den Sequencer hinschrauben oder ich kann mir eben einfach hier wieder meinen Clock-Divider schnappen. Und hier kann ich jetzt sagen, wie stark das quasi kommt, sobald der Step erreicht ist. Cool. Dann kann ich natürlich den Clock-Divider auch einfach mal umschalten, zum Beispiel von seinem relativ einfachen Muster auf dem Pimzahnmuster. Guter, aber besser. Pimzahn. Pimzahn. Guter, gut. Geil. Pimzahn. Das ist cool. Das ist jetzt bestimmt nicht die weltbewegende Sequenz, aber so kannst du eben anfangen mit deinen Modellationen einfach zusammen zu stümmeln und zu stückeln, wie du es gerne hättest. Und man konnte ja auch schon hören, wie sich das schon dramatisch ändert, wenn du so zwei, drei Sachen anders patchst. Genau, und wir haben hier eigentlich auch jetzt immer noch eine total simple einfach Sequenz gehabt, wo einfach nur ein Oszillator und ein Filter irgendwie drin war. Also du kannst eigentlich durch ein paar Modellationen schon machen, dass es auch definitiv nach mehr klingt und ja. Schönes Patch-Beispiel. Jetzt ist uns ja schon bei einer der anderen Folgen aufgefallen, wir haben ja ja kein Noise. Wir haben kein Noise, genau. Wir haben kein Noise und ohne Noise ist scheiß. Naja, ohne Noise ist jetzt nicht direkt scheiße, aber wir haben natürlich hier kein Noise. Ich denke auch, Noise ist wichtig, aber man muss es nicht unbedingt immer haben. Wenn du natürlich total viel mit Noise machst, dann kauf dir ein Noise-Modul. Wenn du nur einen noiseartigen Sound machen willst, brauchst du aber nicht unbedingt Noise. Ich nehme jetzt einfach mal den Ausgang hier vom Oszillator und stecke den einfach mal hier in den Eingang. Jetzt schnappe ich mir den zweiten Oszillator, den ersten jetzt einfach mal ein bisschen. Schnappe mir jetzt den A171-2, den ich einfach in Cycle-Modus versetze. Sprich, das ist jetzt ein LFO. Schwingt jetzt so schnell, dass ich es gar nicht mehr sehe. Also kein LFO, sondern nur noch ein O, ein Oszillator. Ich nehme einfach mal den Ausgang hier und moduliere den hier. Was wir jetzt noch tun sollten, wäre eventuell, nehmen wir mal hier noch den Ausgang und modulieren auch ihn noch. Da können wir doch Noise jetzt schon mehr. Jetzt kannst du einfach hier mal so ein bisschen spielen. Wir kriegen jetzt hier auch die unterschiedlichsten Couleurs des Brutzins hin. Ja, sehr gut. Und wenn du jetzt halt so einen perkusiden, noiseartigen Drum-Sound oder sowas haben willst, dann mein Gott, geh einfach hier in deinen VCA. Geh von da in deinen Ausgang. Jetzt lassen wir einfach den LFO das Ganze hier triggern, das macht es einfacher. Gehen jetzt hier zum Beispiel in die Hüllkurve rein. Ein bisschen langsamer. Und wenn wir jetzt den Ausgang nehmen und damit den VCA steuern, dann sollten wir so einen lustigen kleinen Rauschesound kriegen. Das Schöne ist jetzt natürlich, du kannst jetzt auch einfach sagen, okay, wir triggern gar nicht direkt die Hüllkurve, sondern wir gehen damit jetzt erstmal in unseren Sequencer rein. Triggern dann über den Sequencer die Hüllkurve. Haben jetzt natürlich den Sequencer im Takt zu der ganzen Schose. Und jetzt hast du natürlich die Möglichkeit auch einfach zu sagen, okay, ganz traditionell steuern wir jetzt hier trotzdem wieder die Oszillatoren in irgendeiner Form. Nehmen vielleicht hier noch die zweite Line für den zweiten Oszillator. Und schon hast du eine kleine Neusequenz. Und wenn wir jetzt natürlich gewollt hätten, dann hätten wir die Glocke auch einfach erstmal vielleicht ins Multiple stecken können. Und gehen dann vom Multiple wieder in den Sequencer. Können jetzt aber auch vom Multiple aus wieder in den Glocke-Divider gehen. Und können den jetzt eben wiederum nutzen, um hier eben auch wieder kleine Modulation rein zu bringen. Ich finde, Strom klingt irgendwie gut. Ja, Strom klingt toll, ne? Oder? Grooves auch immer, finde ich. Ja, du kannst den halt relativ leicht zum Grooven bringen. Ja. 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 – Toll, dass du dich da niedrig verirrst. – Ja. – Da feiert man sich dann vielleicht auch mal. Aber das Schöne ist ja, viele Leute sehen so ein Patch. Die denken, oh Gott, die ganzen Kabel, das ist ja total kompliziert. Das ist ja alles Blödsinn, das gucke ich mir gar nicht an, verstehe ich sowieso nicht. Und vielleicht kann man es auch gar nicht verstehen. Aber, das ist natürlich Schwachsinn. Weil, wenn du dir das so anguckst, das ist ja mit der Zeit entstanden. Das heißt, das ist eigentlich wie ein Bild. Wenn du jetzt die Mona Lisa nimmst, das war ja nicht irgendwie so ein Stempel, Bäm, Stück Papier, zack, Mona Lisa, fertig, sondern das war irgendwann mal ein total harmloser Strich, der hat überhaupt nicht gezeigt, wo die Reise hingeht, der sah auch nicht aus nach Mona Lisa, war halt ein Strich, hätte jeder machen können. Dann kommt halt der zweite Strich, der dritte Strich und so ist es ja auch hier, du fängst einfach mal mit einem Kabel. Wir haben am Anfang einfach nur diesen Oszillator gehört, der durchs Filter ging, da war gar nichts spannend dran und, ne, Entschuldigung, der ging nicht durchs Filter, wir haben einfach nur den Oszillator gehört. Der wurde dann frequenzmoduliert durch den zweiten Oszillator, da kam ein dritter Oszillator dazu, der den zweiten moduliert hat und letztlich hat dann auch nochmal der erste den letzten wiederum moduliert, dass das so einen lustigen Kreis war. Dadurch kriegst du ein ziemlich chaotisches System, was uns diese noiseartige Struktur gegeben hat und dann haben wir angefangen, das eben in den VCA zu packen und fingen dann an, den VCA mit der Hüllkurve zu verändern, kamen dann auf die Idee, dass es ja eigentlich cool wäre, an dem Noise auch die Klangfarbe ändern zu können, sprich die Oszillator-Frikas zu ändern und so kam einfach eins weiter zum anderen und so hast du gesehen, dass du jetzt theoretisch auch hier mehr oder weniger so noiseartige Sequenzen machen kannst, ohne Noise zu haben. Und was hier rauskommt zu einem Output ist eigentlich auch ein ganz dankbares Signal, um es wieder durch den Filter zu packen, weil du hast hier eine Menge Obertöne, das Filter hat auf jeden Fall was, wo es angreifen kann und dann kriegst du nochmal eine ganze andere Klangfarbe hin. Alles eher so eine Sache von, was möchte ich haben, von Idee und da muss man auch ein bisschen experimentieren. Darum kauft man es hier so ein bisschen. Gut, wollen wir noch eins machen? Ja, wir können auch einfach mal gucken, was passiert, wenn man jetzt so komplett frei hier irgendwie... Zum Schluss sind wir ja schon so ein bisschen eher in diese etwas noiseartigeren Gefilde gekommen. Wir können auch einfach mal gucken, wenn wir hier so vor sich hin patchen, was man da einfach machen kann. Genau, zum Abschluss unserer mentalen Serie. Genau. Dann nehmen wir einfach wieder hier irgendwie erstmal den Audio-Ooszillator, hören uns den an. Ich finde das immer ganz dankbar, so anzufangen. Jetzt ist doch mal eine Idee, lassen wir doch mal nicht den Sequencer hier rennen. Lassen wir ihn hier mal freerunning. So. Und der moduliert hier auch gleich irgendwas, zum Beispiel den Oszillator. Gleichzeitig hat er ja diesen End-of-Cycle-Ausgang. Das heißt, er kann mir ganz genau sagen, wann er fertig ist mit dem, was er eigentlich macht. Und das soll jetzt meine Glock geben. Die stecke ich einfach mal hier rein. Jetzt kann ich mit der Glock zum Beispiel einfach sagen, wir gehen wieder mal unseren Glock-Divide. Den stelle ich jetzt natürlich auf jeden Fall für ein schräges Zeug in Raum und die Primzahl. Yes. Und jetzt sagen wir einfach mal, jedes dritte Mal, wo er hier dran ist, soll er dann aber ein bisschen schneller. Das ist ja das, was mich am meisten heiß macht auf so ein System, ist eigentlich, dass ich jetzt hier nicht mehr in so einem Raster immer bin. Das ist ja auch so Timing-mäßig, oder? Es ist ja immer alles Raster, ist ja alles immer so ein Grid, so ein starrer Grid. Und ich finde, es wird irgendwie, hier ist ja auch die Parameterisierung, ist ja unendlich. Ist ja auch schon mal wieder ein Unterschied. Also du kriegst ja nie was hin, was so 100% im Raster ist. Das ist ja eigentlich auch genau die Sache jetzt. Ich meine, unabhängig davon, dass ich jetzt keinen Unterschied mache, ob wir hier digital oder analog sind. Aber die meisten Sachen sind natürlich analog und analog wird ja dadurch definiert, dass du quasi einfach wertekontinuell bist. Das heißt, du hast in der Tat einen unbegrenzten Vorrat an Werten im Gegensatz zu digital. Das merkst du natürlich auf jeden Fall schon am Handling. Und wenn du das mal bringen möchtest, was so ein bisschen, ich würde nicht sagen experimenteller, aber so organischer klingt, weißt du? Das fand ich auch früher an den SQ10-Sequenzen so gut. Weil ja immer irgendwie so richtig gerastert ist das ja nie. Schon allein von den Tonhöhen nicht. Da geht es ja schon los. Ich meine, wenn wir hier keinen Quantizer haben, der das Ganze irgendwo hinpresst, sind wir hier halt auch relativ frei. Okay, also wir haben es jetzt so, dass dieses Ding hier eigentlich gerade nichts anderes macht, als die Wellenform zu ändern über den Wavefolder. Jeder dritte Step macht das Ding ein bisschen schneller, weil er quasi die Hüllkurve ein bisschen kürzt. Das heißt, da wird einfach nur ein Step so ein bisschen verschluckt. Dann jeden 13. Step kriegst du so einen leichten, längeren Attack rein. Und zusätzlich triggern wir jetzt eigentlich jedes Mal den Sequencer. Das heißt, mit dem kannst du jetzt in der Tat irgendwie irgendwie Tonhöhen steuern. Dann sagen wir doch auch einfach mal, dass wir eine Frequenzmodulation haben wollen. Aber eben auch nur jeden zweiten Step. Und steuern über den Sequencer einfach mal die Tonhöhe von dem Modulationsoszillator. Das Ergebnis können wir auf jeden Fall mal nehmen und irgendwie in den Filter packen. Ich kann auch sagen. Wir haben einen Bandpassausgang. Wer hat, der hat. Wer hat, der hat. Genau. Und jetzt steht natürlich auch nichts am Back. Hier trotzdem noch die Hüllkurve irgendwie zu triggern. Und jetzt steht noch die Hüllung. So, jetzt haben wir hier einen LFO, der zusätzlich noch die Tonhöhe von diesem Modulationsoszillator steuert. Und den wir jetzt seinerseits auch ein bisschen fernsteuern. Wir gehen jetzt, wir machen jetzt Route 66 von East Coast nach West Coast fahren wir jetzt gerade. Genau, so langsam. Der ist geil. Kannst du dich auch mit ihm unterhalten. Das ist ja mal fett jetzt. Wirklich wie so eine Stimme. Bei Frequenzmodulation kommst du sehr schnell eigentlich zu Ergebnissen, die so Formanten annehmen, dass es so vokale Strukturen annimmt. Der war auch gerade mal gut. Oh Mann. Jetzt sind wir irgendwo im Verdauungstrakt. Ja, genau. Sehr geil. Was du jetzt natürlich machen kannst, hält dich nichts davon ab, zum Beispiel ein Keyboard zu nehmen. Und diese ganzen CV-Modulationen könnte man jetzt irgendwie in einem CV-Mischer irgendwie zusammenfassen, da aber noch das Keyboard-Signal zu machen. Und dann könntest du den Kauderwelsch, den du jetzt hier hörst, auch nach wie vor transponieren. Also du kannst dann auch wieder ein bisschen mehr Ordnung ins Chaos bringen. Da ist es eher so, dass du wirklich drüber nachdenken musst, was ist es, was ich gerne erreichen möchte. Und dann patch das einfach. Das heißt, dann kriegst du auch das hier irgendwie wieder geordnet. Und ja, ansonsten bist du halt auch ganz schnell hier wieder bei R2-D2. Boah. Ich meine, klar, wir haben hier jetzt keinen kompletten Zufall drin, aber manchmal, wenn du Sachen einfach nur komplett... Nicht anfassen. Der war gerade so... Ich lasse ihn in Ruhe. Der ist geil. Du kannst dir den Patch fotografieren am besten. Ich habe das ja alles aufgenommen. Dann können wir mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt hier unsere Glock quasi in den Audiobereich bringen. Das ist auch schön. Dann röpft der Killer-Biemen. Sehr gutes Schluss-Akkord. Hätte ich schon was gesagt, aber ein Akkord ist es ehrlich. Mann, super. Wird schwer, aus einem Oszillator einen Akkord zu machen. Ja, das wird schwer. Patrick, das hat richtig Spaß gemacht mit dir hier. Die zehn Folgen durchzuziehen und am Ende noch zu so einem geilen Sound zu kommen. Klasse. Ja, das war jetzt auch alles nur so als Vorschlag zu sehen, wie man arbeiten kann, was man machen kann, wie ich damit irgendwie arbeite. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass du viel Spaß hast. Vielleicht der ein oder andere Zuschauer auch auf den Geschmack gekommen ist. Wir sollen noch mal darauf hinweisen, wer jetzt den Teil 10 gesehen hat. Es gibt tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wo genau explizit erklärt wird, wie dieses Case zusammengestellt wurde. Wir fangen an beim Case-Auswahl, über Oszillatoren bis hin zu Sequencern, zu den Utilities. Alles schön erklärt in zehn Folgen auf Musetalk. Danke an dich, Patrick. Und an Alex hier. Super. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Und wir sehen uns bald wieder hier auf diesem Sender. Bis dahin, make more music mit Modulus in the Cyber. Ciao. Ciao.